Mord an einer Internatsschülerin. Wir bilden hier eine globale Elite aus. Wer gegen Mächtige ermittelt. Ein Vater ist auf der Liste der 100 reichsten Schweizer. Riskiert eine Staatsaffäre. Dass die gleichen Regeln nicht für alle gleich gelten, muss ich euch nicht erklären, oder? Auf dem offiziellen Weg können wir nicht übertragen. Du weißt, dass das niemals als Beweismittel durchkommt. Die Situation eskaliert. Ihr Handeln hat Konsequenzen. So ein Scheissdreck. Der neue Schweizer Tatort. Kleine Prinzen. Sonntag, 20.05 Uhr. SRF 1.